Die menschliche Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert durch die Digitalisierung. Maschinen, Roboter übernehmen immer mehr körperliche Arbeit des Menschen. Wenn Sie mal in eine Autofabrik schauen, dann gehen Sie durch Fertigungsstraßen, in denen Ihnen kaum ein Mensch begegnet. Stattdessen bauen Roboter eine Karosserie zusammen oder lackieren sie. Aber auch die geistigen Tätigkeiten des Menschen werden immer mehr durch smarte Algorithmen durch digitale Anwendungen übernommen. In der Medizin ist es schon gang und gäbe, dass Aufnahmen, etwa von der Netzhaut des Auges, durch smarte Algorithmen analysiert werden. Diese erkennen an minimalen Veränderungen der Gefäße, ob eine Krankheit vorliegt oder nicht. Sie sind dabei schon ebenso gut wie Menschen. Die Digitalisierung führt also dazu, dass bestimmte Aufgaben, bestimmte Tätigkeiten des Menschen übernommen werden durch Maschinen. Was bedeutet das aber für uns und für unser Leben? Mit dieser Frage werden wir uns jetzt beschäftigen. Wir folgen dabei zwei jungen Philosophen, John Danner und Sven Nieholm, die kürzlich zu dem Thema einen Artikel publiziert haben in der Zeitschrift Artificial Intelligence and Ethics. Ja, wenn wir uns über die Digitalisierung und die Arbeitswelt Gedanken machen, ist es erst einmal gut, sich darüber zu verständigen, was ist Arbeit? Nun, wenn ich arbeite, dann tue ich zunächst mal etwas. Ich übe meine Fähigkeiten aus. Aber nicht immer, wenn ich meine Fähigkeiten ausübe, arbeite ich auch. Es gibt ja schließlich auch Freizeitbeschäftigungen. Was für die Arbeit charakteristisch ist, ist dann häufig der Lohn oder auch die Erwartung von Lohn. Schließlich müssen wir unseren Lebensunterhalt fristen und arbeiten dafür. Nun gibt es auch unbezahlte Arbeit, zum Beispiel in der Familie, bei der Pflege von Angehörigen, aber auch bei der Erziehung von Kindern. Auch diese Arbeit ist wichtig. Wir wollen uns im Folgenden aber der Einfachheit halber mal auf die Lohnarbeit konzentrieren. Schauen wir uns jetzt mal in einem Sektor ganz konkret an, welche Folgen die Digitalisierung hat. Landwirtschaft in der Schweiz. Zunächst einmal der Produktionswert. Wie wertvoll sind die Güter, die produziert werden? Nun, das geht schon ein bisschen auf und ab in den letzten Jahrzehnten. Es gibt dann mal einen Peak um 1990, dann geht es wieder ein bisschen zurück, aber das hat sehr viel mit dem Preisverfall in der Landwirtschaft zu tun. Letztendlich kann man grob sagen, die Summe der produzierten Güter ist dieselbe geblieben, der Produktionswert stagniert. Wie ist es dagegen mit der Beschäftigung? Diese hat von 1995 bis heute stark abgenommen, um etwa 40 Prozent. Das liegt im Wesentlichen am Einsatz von Maschinen. Nur mit den Maschinen sind die Landwirtinnen und Landwirte in der Lage, denselben Produktionswert mit weniger Menschen zu erzielen. Das hat dazu geführt, dass eben Berufe ausgewandert sind aus der Landwirtschaft in andere Sektoren, zum Beispiel in den Dienstleistungssektor. Aber was ist, wenn dort auch die Digitalisierung um sich greift? Können die Menschen weiter wandern oder werden sie irgendwann mal arbeitslos? Die vollständige Ersetzung von menschlichen Arbeitskräften ist aber nur eine Option. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Statt dem Total Replacement, wie es Denner und Niholm nennen, gibt es das Collaborative Displacement. Es entstehen also neue Zusammenarbeiten zwischen Menschen und Maschinen. Dabei sind unterschiedliche Verhältnisse möglich. Es könnte zunächst einmal so sein, dass die Maschinen von Menschen angeleitet werden. Eine andere Alternative besteht darin, dass der Mensch vor allem die Maschinen kontrolliert und überwacht, ob sie richtig funktionieren. Drittens ist es auch möglich, dass die Maschinen Menschen anleiten, sodass der Mensch eigentlich untergeordnete Arbeiten ausführt. Nehmen wir jetzt einmal an, dass ein Großteil der menschlichen Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt wurde und dass es vielleicht noch einige neue Konfigurationen von Menschen und Maschinen in der Arbeit gibt. Was würde das bedeuten? Wie können wir damit umgehen? Eine erste Frage, die sich stellt, hat damit zu tun, dass Arbeit ja mit Lohn verbunden ist, dass wir Menschen unseren Lebensunterhalt mit Arbeit verdienen. Wie können wir noch Geld verdienen, wenn wir nicht mehr arbeiten? Ein Vorschlag, der häufig diskutiert wird in diesem Zusammenhang, ist die Idee eines Grundeinkommens, das allen Menschen zukommt. Eine zweite Frage, und die steht im Folgenden im Mittelpunkt, lautet, wie fühlt sich das eigentlich für uns an, wenn wir nicht mehr arbeiten oder wenn wir nur noch 10 Stunden pro Woche arbeiten? Werden wir damit glücklich? Ist das noch ein gutes, ein sinnvolles Leben? Wenn ich diese Frage stelle, dann werfe ich die Frage nach dem Wert der Arbeit für das Leben auf? Da gibt es ganz unterschiedliche Einschätzungen. In der Bibel, im Alten Testament, heißt es manchmal, ja, die Arbeit ist nur mühsal, nur Elend. Die Anti-Work-Bewegung nimmt diese negative Wertung der Arbeit auf. Sie sagt, ganz viel Elend in der Welt hängt mit der Arbeit zusammen. Arbeit wird manchmal aber auch positiv gewertet. So heißt es manchmal in der Philosophie, die Arbeit erlaube uns die sinnvolle Auseinandersetzung mit der Welt, die Gestaltung vielleicht auch von gemeinsamen Projekten. Das sei ein wesentlicher Bestandteil eines Glücklichen, eines guten Lebens. Diese positive Einschätzung wird ein Stück weit gestützt durch Daten. Es gibt den sozioökonomischen Panel. Dort werden Menschen nach ihrer Zufriedenheit befragt. Über lange Jahre hinweg und so kann man etwa den Effekt der Arbeitslosigkeit studieren. Wenn ein Mann arbeitslos gemeldet wird, dann verliert er auf einer Skala von 1 bis 100 6,2 Zufriedenheitspunkte. Bei Frauen sind es immer noch 4,6 Zufriedenheitspunkte, die verloren gehen. Das sind sehr große Effekte, größere Effekte als etwa bei einer Heirat. Sie sehen also, viele Menschen heute werten ihre Arbeit hoch. Sie schätzen die Arbeit. Sie wollen offenbar ein Stück weit arbeiten.